Hallo, ich habe aus der Festplatte, was ist denn kaputt? Da habe ich eine Fräse daraus gebaut. Da kann ich Holz fräsen. Da kann ich Holz mitfräsen. Hier sind meine schicke Festplatten. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Eine schöne Fräse. Die hört sich an wie eine Kreissäge. Ich muss mal die Musik pausieren. So. Jetzt mal einstürzen. Einstürzen. So mal Fräse anschmeißen. Also die Kante ist rund. Weckereid. So. 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 Vielen Dank.